Hallo, mein Name ist Philipp Stempfle. In meiner heutigen Animation erfahren Sie, was Leerschläge sind, warum und weshalb sie entstehen und wie ein funktionierendes Leerschlag-Schutzsystem Ihren Gewinn maximiert. Zuerst zu der Frage, was ist unter einem Leerschlag-Schutzsystem zu verstehen? Hierzu werfen wir als erstes einen Blick auf das Funktionsprinzip eines hydraulischen Handhammers. Dieser besteht im Wesentlichen aus einem Handgriff, einem Schlagwerk und einem Unterteil mit Meißel. Am Handgriff befindet sich der sogenannte Auslöser. Dieser Auslöser öffnet ein Ventil. Wird der Auslöser gedrückt, strömt das Hydrauliköl durch das Schlagwerk. Das Schlagwerk schlägt auf den im Unterteil befindlichen Meißel. Der Meißel überträgt die Schläge auf das Abbruchmaterial. Das Abbruchmaterial bricht. Zum besseren Verständnis betrachten wir die Vorgänge im Hammer. Das Schlagwerk besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Zum einen aus dem äußerlich sichtbaren Teil, dem sogenannten Gehäuse und dem im Gehäuse befindlichen sogenannten Schlagkolben. Innerhalb des Gehäuses übernimmt das Hydrauliköl mehrere Funktionen. Zum einen wird über die Strömung des Hydrauliköls die Bewegungsrichtung des Schlagkolbens gesteuert. Zum anderen erfolgt die Schmierung und die Kühlung des Schlagwerks über das Hydrauliköl. Im Bereich des Unterteils tritt der Schlagkolben aus seinem Gehäuse aus. Ein Dichtungssystem am unteren Bereich des Schlagkolbens verhindert sowohl das Austreten des Hydrauliköls als auch das Eindringen von Schmutzpartikeln in den Hydraulikhammer. Der im Unterteil befindliche Meißel hat zwei Funktionen. Zum einen soll er die vom Schlagkolben erzeugte Bewegungsenergie auf das Abbruchmaterial übertragen, zum anderen soll er den Schlagkolben in seiner Abwärtsbewegung stoppen. Der Schlagkolben trifft den Meißel mit bis zu 3000 Schlägen pro Minute. Zum besseren Verständnis verlangsamen wir die Abläufe auf wenige Schläge pro Minute. Sobald der Schlagkolben auf den Meißel trifft, wird der Schlagkolben abgebremst und der Meißel entsprechend beschleunigt. Erreicht der Schlagkolben den sogenannten unteren Umsteuerpunkt, wird mittels des sogenannten Steuerventils im Hammer der Ölstrom umgekehrt. Der Schlagkolben bewegt sich nach oben. Erreicht der Schlagkolben den oberen Umsteuerpunkt, ändert das Steuerventil entsprechend die Richtung des Ölstroms. Je nach Hammertyp erzeugt das Schlagwerk bis zu 3000 Schläge pro Minute. Dies ist der Idealfall. Von sogenannten Leerschlägen spricht man, wenn die Abwärtsbewegung des Schlagkolbens nicht durch den Meißel gestoppt wird. In der Praxis ist dies immer dann der Fall, wenn der Bediener zum Umsetzen des Hammers diesen anhebt und dabei gleichzeitig das Auslöseventil betätigt. Der Meißel hängt unten aus dem Unterteil und der Schlagkolben kann nicht durch den Meißel abgebremst werden. Der Schlagkolben fährt nach unten, der Schlagkolben wird erst durch sein Gehäuse gestoppt. Mit zunehmender Anzahl von Leerschlägen kommt es zu Verformungen am Schlagkolben. Durch die Schläge wird das Material im Bereich des Aufschlagpunktes gestaucht. Das gestauchte Material bildet einen deutlich sichtbaren Ring oberhalb des Aufschlagpunktes. Dieser Ring vergrößert an dieser Stelle den Durchmesser des Schlagkolbens. Hierdurch wird die Ölströmung behindert. Der Hammer verliert schleichend an Leistung. Je höher die Anzahl der Leerschläge, desto ausgeprägter die Verformung am Schlagkolben. Ab einem bestimmten Punkt verklemmt der Schlagkolben im Gehäuse. Der Hammer fällt aus. Je nach Schaden muss sowohl der Schlagkolben als auch das Gehäuse getauscht werden. Als nächstes betrachten wir ein funktionierendes sogenanntes Leerschlag-Schutzsystem. Hierbei sind die Abläufe im Hammer wie folgt. Im Falle eines Leerschlages setzt der Schlagkolben auf einem Ölpuffer auf. Die gesamte Bewegungsenergie des Schlagkolbens wird in Wärme umgesetzt. Die Wärme wird durch das Hydrauliköl aufgenommen und zum Hydraulikaggregat geleitet. Dieses entzieht dem Hydrauliköl die Wärme durch seine integrierten Ölkühler. Konstruktionstechnisch wird dies dadurch erreicht, dass bei einem Hammer mit Leerschlag-Schutzsystem Gehäuse und Schlagkolben derart aufeinander abgestimmt sind, dass ab Erreichen des unteren Umschaltzeitpunktes das Hydrauliköl unterhalb des Schlagkolbens nicht mehr abfließen kann. Es bildet sich ein sogenannter Ölpuffer. Dieser Ölpuffer wird durch den Schlagkolben komprimiert. Hierbei wird die Bewegungsenergie des Schlagkolbens in Wärme umgewandelt. Diese wird vom Hydrauliköl aufgenommen. Es kommt zu keinerlei Schäden, weder am Gehäuse noch am Schlagkolben. Damit Leerschlag-Schutzsysteme funktionieren, müssen im Wesentlichen drei Bedingungen erfüllt sein. Erstens die Einhaltung der Toleranzen in der Fertigung. Zweitens ein hochwertiges Abrichtungssystem, welches dem Öldruck standhält. Drittens eine effiziente Ölkühlung des Hydrauliköles. Zum ersten Punkt. Die Einhaltung minimalster Toleranzen stellt sicher, dass sich der notwendige Ölpuffer unterhalb des Schlagkolbens bildet. Werden die Toleranzen in der Produktion nicht eingehalten, so kann das Hydrauliköl am Schlagkolben entlang abfließen. Der Ölpuffer verliert an Druck. Der Schlagkolben schlägt ins Gehäuse ein. Zum zweiten Punkt. Ist das Abdichtungssystem fehlerhaft, so fließt Öl im Falle eines Leerschlages durch die Dichtung. Der Schlagkolben setzt ins Gehäuse ein. Auch hier ist die Einhaltung der Toleranzen bei der Fertigung entscheidend. Zum dritten Punkt. Die Ölkühlung ist nicht ausreichend. Das Öl erhitzt sich extrem stark. Die Flieseigenschaft des Öls verändert sich. Es wird extrem dünnflüssig. Trotz eingehaltener Fertigungstoleranzen kann das Öl entlang des Schlagkolbens abfließen. Der Schlagkolben schlägt ebenfalls wieder ins Gehäuse ein. Sind alle drei Faktoren erfüllt, Einhaltung der Fertigungstoleranzen, Abdichtungssystem und Kühlleistung des Hydrauliköls sind Schäden durch Leerschläge praktisch ausgeschlossen. Ein funktionierendes Leerschlagschutzsystem maximiert Ihren Gewinn. Nachfolgende Animationen vergleicht die Gewinnsituation jeweils mit und ohne Leerschlagschutzsystem. Hierbei wird die Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben über die Nutzungsdauer der unterschiedlichen Hammertypen verglichen. Die Ausgaben beziehen sich auf Reparaturkosten plus Ersatzteile und Kosten für Ausfallzeiten aufgrund von Schäden durch sogenannte Leerschläge. Der Hammer mit funktionierendem Leerschlagschutzsystem weist über die gesamte Nutzungsdauer eine gleichbleibende Abbruchleistung auf. Die Einnahmen erfolgen somit gleichmäßig. Ausgaben für Reparaturen und Ersatzteile plus Kosten für Ausfallzeiten entfallen, da das Leerschlagschutzsystem zuverlässig arbeitet. Beim Hammer ohne funktionierendes Leerschlagschutzsystem sinkt dessen Abbruchleistung aufgrund der Schäden durch Leerschläge. Es kommt zu einem sogenannten schleichenden Leistungsverlust. Die reduzierte Abbruchleistung führt zu verringerten Einnahmen. Darüber hinaus fallen zum einen Ausgaben für Reparaturen und Ersatzteile wie Schlagkolben an und zum anderen Kosten für Ausfallzeiten, insbesondere aufgrund von ausfallbedingten Zeitverzögerungen des Baustellenfortschritts. Diese Ausgaben gehen zu Lasten der Einnahmen, wodurch diese sich entsprechend verringern. Im Beispiel betragen die Einnahmen des Hammers mit Leerschlagschutzsystem ein Vielfaches der Einnahmen des Hammers ohne Leerschlagschutzsystem. Nun zu der Frage, woran erkennen Sie ein funktionierendes Leerschlagschutzsystem? Ein wichtiger Anhaltspunkt für ein funktionierendes Leerschlagschutzsystem ist der Kaufpreis. Die notwendige Minimierung der Produktionstoleranzen für ein funktionierendes Leerschlagschutzsystem führt tendenziell zu höheren Produktionskosten. Betrachten wir hierzu drei unterschiedliche Hammerhersteller. Alle drei Hersteller fertigen im Rahmen einer Serienfertigung jeweils zehn Schlagkolben an. Die Einhaltung der Fertigungstoleranzen wird im Anschluss ermittelt. Hierbei wird die Abweichung der tatsächlichen Abmessungen des Schlagkolbens von den eigentlich geplanten Abmessungen ermittelt. Es wird zwischen den drei Toleranzgruppen A, B und C unterschieden, wobei Schlagkolben der A-Toleranz die minimalsten und Schlagkolben der C-Toleranz die maximalsten Abweichungen aufweisen. Die Schlagkolben werden entsprechend ihrer Abweichungen gekennzeichnet und in Qualitätsgruppen A für höchste Qualität, B für mittlere Qualität und C für minimalste Qualität sortiert. Da die Produktionsverfahren aller drei Hersteller technisch identisch ist, ist auch das Produktionsergebnis gleich. Drei Schlagkolben der A-Toleranz, fünf Schlagkolben der B-Toleranz und zwei Schlagkolben der C-Toleranz. Die Hersteller unterscheiden sich im Weiteren in der Verwendung der einzelnen Qualitätsstufen. So verwendet der Hersteller 1, die A-Hammer AG, nur die Schlagkolben aus der Gruppe der A-Toleranz zur Herstellung der Hydraulikhemmer. Der zweite Hersteller, die AB-Hammer AG, verwendet sowohl die Schlagkolben der A-Toleranz als auch die Schlagkolben der B-Toleranz. Die C-Toleranz wird nicht zur Produktion verwendet. Der dritte Hersteller, die ABC-Hammer AG, verwendet sowohl A als auch B- und C-Toleranzen in der weiteren Produktion. Somit stellt die A-Hammer AG aus zehn produzierten Schlagkolben drei Handhämmer her. Die Produktionskosten sind hoch, da nur 30% der produzierten Schlagkolben verwendet werden. Die Optimierung der Toleranzen minimiert den Verschleiß und gewährleistet ein funktionierendes Leerschlag-Schutzsystem. Dies führt zu niedrigen Ausfallzeiten und Reparaturkosten. Gleichzeitig ist die Nutzungsdauer des Hammers mit über 15 Jahren hoch. Die minimalsten Toleranzen gewährleisten maximale Schlagenergie, die Abbruchleistung liegt bei 100%. Die Produktion der A-Hammer AG erfolgt für kapitalintensive Märkte mit hohen Lohnkosten. Aufgrund der hohen Lohnkosten zahlt sich die Investition in einen Hammer mit maximaler Abbruchleistung und minimalen Ausfallzeiten und damit verbundenen Reparaturkosten und maximaler Lebensdauer aus. Die Investitionskosten für den Hammer sind im Verhältnis zu den Lohnkosten gering, der Preis der Hämmer ist hoch. Die AB Hammer AG produziert zwei Produktlinien. Eine Hammerserie aus der A-Toleranz mit drei Hämmern und eine Serie aus der B-Toleranz mit fünf Hämmern. Die A-Toleranz weist wiederum hohe Produktionskosten, niedrige Reparaturkosten, eine hohe Nutzungsdauer von über 15 Jahren und eine hohe Abbruchleistung von 100% auf. Die Produktion der A-Toleranz-Hämmer erfolgt ebenfalls wie bei der A-Hammer AG für kapitalintensive Märkte mit hohen Lohnkosten. Der Preis der Hämmer ist hoch. Die aus der B-Toleranz angefertigten Handhämmer haben niedrige bis mittlere Produktionskosten. Die erhöhten Toleranzen führen zu mittleren bis hohen Ausfallzeiten und somit Reparaturkosten. Ebenso ist die Nutzungsdauer mit weniger als sechs Jahren niedrig bis mittel. Die Abbruchleistung liegt mit 80% im mittleren Bereich. Der Preis der Hämmer ist niedrig. Die Produktion erfolgt für kapitalschwache Märkte mit niedrigen Lohnkosten. Der günstige Hammerpreis ermöglicht die Investition. Die erhöhten Reparaturkosten, die verringerte Nutzungsdauer und die verringerte Abbruchleistung werden durch die geringen Lohnkosten kompensiert. Der dritte Hersteller, die ABC Hammer AG, macht keinerlei Unterscheidung nach Toleranzgruppen. Es werden insgesamt zehn Hämmer hergestellt. Dies führt zu sehr niedrigen Produktionskosten, zu hohen Reparaturkosten und zu einer verringerten Nutzungsdauer von weniger als drei Jahren. Die Abbruchleistung ist mit 60% niedrig. Die Produktion erfolgt für kapitalschwache Märkte mit niedrigen Lohnkosten. Der günstige Preis ermöglicht die Investition. Die erhöhten Reparaturkosten, die verringerte Nutzungsdauer und die verringerte Abbruchleistung werden durch die geringen Lohnkosten kompensiert. Die A Hammer AG produziert ausschließlich eine Produktlinie für kapitalintensive Märkte mit hohen Lohnkosten. Die AB Hammer AG fertigt bis auf die Toleranzen zwei identische Produktlinien. Die eine Linie für kapitalintensive Märkte mit hohen Lohnkosten und die zweite Linie für kapitalschwache Märkte mit niedrigen Lohnkosten. Die ABC Hammer AG fertigt nur eine Produktlinie für kapitalschwache Märkte mit niedrigen Lohnkosten. Funktionierende Leerschlagschutzsysteme finden sich nur bei der A Hammer AG und bei der AB Hammer AG in deren Produktlinien der A-Toleranz. Bei der ABC Hammer AG ist ein funktionierendes Leerschlagschutzsystem eher Zufall als Ergebnis von gezielter Produktoptimierung. Somit sind tendenziell höhere Preise ein Hinweis auf ein funktionierendes Leerschlagschutzsystem. Insbesondere bei der AB Hammer AG kommt es für vermeintlich identische Produktlinien zu erheblichen Preisunterschieden. Sollte dies der Fall sein, so ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der teurere Hammer aus der A-Toleranzproduktion stammt und der vermeintlich identische, günstigere Hammer aus der B-Toleranz. Die AB Hammer AG produziert für unterschiedliche Märkte qualitativ und preislich differenzierte Produktlinien. Stellt sich nun die Frage, woran erkenne ich ein funktionierendes Leerschlagschutzsystem? Erstens an minimalen Toleranzen, zweitens am Abdichtungssystem und drittens an der Öltemperatur. Zu den Toleranzen. Hier sind tendenziell höhere Preise ein Hinweis auf die Verwendung der A-Toleranzen. Zum zweiten Punkt Dichtheit des Hammers. Hierzu werfen Sie einen Blick auf das Einsteckende des Meißels. Ist dieses Öl frei, so hält das Abdichtungssystem dem Öldruck im Hammer stand. Zum dritten Punkt Öltemperatur empfehle ich Ihnen zwei Videos. Das erste handelt über Kühlleistung und Motordrehzahl und das zweite über unterschiedliche Ölkühlsysteme. Beide Videos stelle ich Ihnen in der Beschreibung als Link zur Verfügung. Sind die Punkte Toleranzen plus Dichtheit plus Öltemperatur erfüllt, so dürfte Ihr Hammer über ein funktionierendes Leerschlagschutzsystem verfügen. Dieses maximiert Ihren Gewinn durch maximale Abbruchleistung ohne schleichenden Leistungsverlust bei einer Nutzungsdauer von über 15 Jahren und minimalen Reparaturkosten. Danke fürs Anschauen. Hier geht's zum Abonnieren, hier zum Kanal, hier zur Homepage und hier zur Playlist. Bis zum nächsten Mal.